Der Streit schwelt offenbar schon seit vielen Jahren, eigentlich schon seit der Fusion im Jahre 2003, wie uns Abteilungsleiter Karl Ebner im Rahmen des letzten Saisonheimspiels der zweiten Mannschaft verriegt. Grund wie so oft, das Liebe Geld. Wie da fusioniert worden ist, da sind uns einige Sachen versprochen worden, dass sich zum Beispiel für uns Handballer nichts ändern wird, weil es war immer so, dass wir unsere Mitgliedsbeiträge separat gekriegt haben und wir haben halt dann unsere Nebenkosten an den Hauptverein abgeführt. Das ist uns versprochen worden. Leider war nichts schriftlich da oder ist nichts schriftlich gemacht worden. Und dann war es halt jetzt die letzten 14 Jahre so, dass diese Mitgliedsbeiträge, die sind dann direkt zum Hauptverein gegangen, aber uns ist nur teilweise oder gar nichts weitergeleitet worden von diesen Geldern. Seit rund fünf Jahren ist Ebner Abteilungsleiter der Handballer und in dieser Zeit versuchte er eine Lösung mit den Verantwortlichen des Hauptvereins zu finden. Doch es klappte nicht und deshalb wurden jetzt Nägeln mit Köpfen gemacht und ein neuer Verein gegründet, der Handballklub Deggendorf. Kein einfacher Schritt. Nein, es ist mit Sicherheit nicht einfach. Es gibt da ganz neue Probleme zu bewältigen. Man muss schauen, dass man die Hallen wieder kriegt, die gleichen Spielzeiten wieder kriegt, die Leute alle im neuen Verein umgekommen. Aber bis jetzt sind wir auf einem wirklich guten Weg und ich bin sicher, dass wir das auch zur neuer Saison nicht alles über die Bühne gebracht haben. Es ist so, Vorgabe vom Verband, die halten uns natürlich zu Stangen, weil sie froh sind, dass wir weitermachen. Aber es müssen alle Spieler, also das geht, Damen, Herren 1, Herren 2, die einen Pass haben unter der Spielvereinigung Grün-Weiß-Deggendorf, müssen kündigen und die Pässe müssen komplett umgeschrieben werden auf dem HC Deggendorf. Und dann kann der Spielfeldbetrieb weitergehen und auch in diesen Ligen, in denen wir jetzt spielen, dass wir den nicht verlieren. Die Mannschaften der Spielvereinigung Grün-Weiß-Deggendorf haben also diese Saison noch ihre Runden unter dem alten Namen zu Ende gebracht. Ab der neuen Spielzeit gibt es dann stattdessen den HC Deggendorf. Wir kommen nicht schlecht davon wie jetzt. Also wir finanzieren uns ja, sage ich jetzt einmal, zu 90 Prozent die letzten Jahre schon selber. Über Sponsoren, über Feste, die wir machen, Sommerfest, Turniere veranstalten, dieses, jedes Verkauf in der Halle. Und wir haben uns das schon gut überlegt, also über unsere Mitgliedsbeiträge, die uns jetzt dann voll zustimmen und die wir voll kriegen. Und über unsere Sponsoren können wir sehr gut leben. Die bisherige Handballabteilung bei der Spielvereinigung Grün-Weiß müsste dann noch geschlossen werden. Das ist ein Fall für die Jahreshauptversammlung. Grundsätzlich sollte das aber nur eine Formalität sein. Beide Seiten wollen jetzt auch im Nachhinein keine schmutzige Wäsche waschen. Ja gut, es ist eine souveräne Entscheidung der Handballabteilung. Die beiden Abteilungen waren lange beieinander. Gerade früher auch bei der alten Spielvereinigung Deckendorf wird seit der Fusion 2030 fortgesetzt worden. Der Verein hat sich natürlich anders entwickelt, ist größer geworden. Und ja, die Differenzen waren offensichtlich. Und das hat praktisch zu dem Ergebnis geführt, dass die Handballer jetzt ihre eigene Sache machen wollen. Uns liegt dran, dass wir im Guten auseinander gehen. Ich muss auch sagen, das Ganze hat auch nicht am Liebl Franz Kling, am Präsidenten vom Hauptverein, auch nicht an den Alten im Hauptverein. Da gibt es ja den Ehrenrat, mit denen haben da Gespräche stattgefunden. Also die kennen am allerwenksten dafür. Da haben einfach mehrere Leute mit eingespielt, die uns nicht, muss ich auch ganz klar sagen, wohlgesonnen waren, die nur aufs Fußball geschaut haben. Wir wollen mit dem Guten auseinander gehen. Man weiß jetzt nicht, wie sich das entwickelt. Wir haben unseren Verein und wir sind auch froh, wenn wir unsere Ruhe haben und wir uns wieder auf die Sportlehre konzentrieren können. Und da will man jetzt als allererste Maßnahme die aufgrund der Finanzproblematik seit Jahren brachliegende Nachwuchsarbeit stark verbessern.